So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke, eine neue Folge Pokemon Go, eine Infofolge oder auch genannt der große TV-Total-Schwan-Vergleich. Schwan steht hier stellvertretend für ein anderes Wort, aber ja, eigentlich geht es um die Pokestop-Showcases. Wie schon gedacht, gestern Abend war Wrestling drauf ab 22 Uhr und irgendwie Mittwoch 22 Uhr, wenn Wrestling anfängt, hauen die immer noch irgendwelche komischen News raus. Jetzt habe ich mir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, bin nämlich beim Wrestling eh wieder eingeschlafen und möchte jetzt fix frühs mal darüber reden und euch das mal zeigen. Auf euch wartet eine neue Art des Wettstreits, Pokestop-Showcases. Viele haben direkt gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn, wer es braucht, naja, uninteressant. Wenn ich mir jetzt aber die Belohnungen und so angucke, denke ich mir, dass es doch vielleicht interessant für viele Leute ist. Wir gucken uns mal kurz dieses heftige Video an, was hier drin steht mit drei Schiggis. Warum das Schiggis sind und da auch ein Schiggi ist und überall Schiggis sind, hat auch seinen Grund. Schaut kurz das Video. So, das war es schon. Fertig. Wurde so heftig abgerissen. Wie sich das gefreut hat und was das alles bekommen hat, macht einfach mit. Zack. Denn Schiggi wird das erste Pokémon sein, was ihr im Showcase antreten lassen könnt. Trainer, bei euren Abenteuern und Reisen seid ihr wahrscheinlich ein paar ganz besonderen Pokémon begegnet. Darunter waren vielleicht ein riesiges Relaxo oder ein winziges Bubungus. Wolltet ihr schon immer mal eure Lieblingsexemplare dieser besonderen Pokémon präsentieren? Das ist nun möglich. Wir freuen uns, euch Pokestop Showcases vorstellen zu dürfen. Bei dieser neuen Art von Wettstreit könnt ihr eure Pokémon in ausgewählten Pokestops bei Showcases gegen die Pokémon anderer Trainer antreten lassen. Nur ausgewählte Pokémon können an einem bestimmten Showcase teilnehmen. Diese werden aus den Pokémon ausgewählt, die beim aktuellen Event in Pokémon GO im Mittelpunkt stehen. Das nächste Event ist der siebte Jahrestag, das Jubiläum. Gefühlt ist er da, Schiggi im Mittelpunkt. Am Wochenende ist eben dann auch der Community Day mit Schiggi. Deswegen wird der erste Showcase mit Schiggi sein. Im Eventzeitraum, wo Schiggi auch dabei ist. Ich muss gleich wiesen. WOLL! So, die ersten Pokestop Showcases finden während der Party zum siebten Jahrestag von Pokémon GO statt. Ihr könnt den ausgewählten Pokestops mit Schiggi antreten, um zu messen, wessen Pokémon am größten ist. Ihr könnt also kein Pikachu in den Stops setzen, also zeigen, weil nur Schiggi erlaubt sind. Das dürfte jetzt klar sein. Immer die gleiche Sorte, der gleiche Prügel wird verglichen, wer den größten hat. Über den Pokestops erscheint ein Symbol, das anzeigt, ob ein Showcase stattfindet. Ihr seht ja sonst ein normaler Pokestop. Da ist ein Rocket Stop. Und jetzt seht ihr, ah, da ist ein Showcase Stop. Und so wie beim Rübel dann hier Kämpfen erscheinen, steht da halt dann Showcase und dann könnt ihr da mitmachen. Showcases laufen nur für kurze Zeit. Ist ja bei den Rockets auch so, damit nicht den ganzen Tag der ganze Stop missbraucht wird. Sondern dass 20 Minuten jetzt dieser Rübel an dem Stop ist und dann ist er wieder weg. Und so ist ein Showcase auch, kurze Zeit an dem Stop und dann kann man da mitmachen. Sobald ein Showcase vorbei ist, erhalten alle Teilnehmer Belohnungen, die vom Rang ihres Pokémon abhängen. Und der Trainer, der den ersten Platz belegt, erhält eine Medaille. Das klingt schon mal gut, weil ich bin jemand, der gerne Medaillen sammelt. Mit Medaillen für verschiedene Sachen, die Medaillen auch immer dann vergolden, versilbern, versilbern, vergolden, verbronsionieren, verplatinieren ist. Bleibt dran, um mehr über zukünftige Showcases zu erfahren. Wir hoffen, dass euch diese neue Art des Wettstreits mit anderen Trainern gefällt. Teilnahme an einem Showcase. Hier seht ihr nochmal, wie das ausschaut. Also ihr lauft rum, ihr seht dann an einem Pokestop ist oben drüber also dieses komische blaue Symbol, was hier links vielleicht gezeigt wird. Und wenn ihr den Pokestop aufruft, habt ihr wie bei einem Rocketstop hier einen Button. Da ist aber nicht kämpfen, da steht Showcase. Dann könnt ihr einen Schicki auswählen, was ihr hier präsentiert an diesem Pokestop. Über Pokestops, in denen Pokestop-Showcases stattfinden, erscheint ein spezielles Symbol. Falls ihr noch kein Pokémon angemeldet habt, ist das Showcase-Symbol über den Pokestop grün. Wenn ihr auf den Pokestop tippt, könnt ihr Showcase auswählen, um mit einem Pokémon anzutreten. Sobald ein Pokémon für den Showcase angemeldet wurde, wird das Symbol über den Pokestop lila. Also wenn noch gar keins drin sitzt, ist grün. Wenn eins schon drin ist, lila. Showcases finden während der gesamten Jahreszeit in denselben Pokestops statt. Also besucht diese regelmäßig. Wenn ihr eure Pokémon an einem Showcase teilnehmen lasst, bleiben sie dadurch nicht bei dem Pokestop. Ihr könnt eure Pokémon auch dann tauschen, verschicken, die Form wechseln lassen oder entwickeln, nachdem ihr sie bei einem Showcase angemeldet habt. Ab sofort also, bevor ich ein Pokémon verschicke, packe ich es in den Showcase, dann kann ich es verschicken, dann ist es weg, aber es gewinnt für mich trotzdem noch eine Medaille. Sehr schön. An jedem Pokestop-Showcase können 200 Pokémon teilnehmen. Ein Pokémon kann immer nur an einem Showcase teilnehmen. Da haben es natürlich manche wieder schwer, wenn an einem Pokestop drei Milliarden Leute sind und da kommst du gar nicht mehr mit rein. Was ist denn jetzt aber wieder mit den Dorfspielern? Da ist ein Stop gekennzeichnet, die gehen da hin, die setzen sich rein, es spielt niemand anderes. Dann sind die ja nach Ablauf der Zeit immer noch der Einzige, der in diesem Showcase sitzt und gewinnen immer und sind immer auf Platz 1 und können immer heftige Belohnungen absahnen plus ihre Medaille pushen und heftige Premium-Items. Also, ich denke mal gerade für Dorfspieler, bei denen wirklich nicht viel los ist, haben die so dadurch gute Chancen, richtig gute Belohnungen, viel Staub, Brutmaschinen, alles mögliche Sternenstücke abzugreifen. Da hast du diesmal einen Vorteil, wenn du nicht mitten in der Großstadt lebst und deshalb dürfte das eben für viele Leute interessant sein, die vorher dachten, so ein Schwachsinn. Hier seht ihr dann auch Gewicht, Größe, nochmal Größe, ja, 1 Stern, 2 Stern, 3, auswechseln von Pokémon. Ihr könnt während des gesamten Showcase-Zeitraums Pokémon fangen, die für Showcases geeignet sind. Außerdem könnt ihr die Pokémon auswechseln, die ihr für den Showcase angemeldet habt. Wenn ihr also seht, ihr habt ein Turtok, das ist, also ein Shigi, ihr habt ein Shigi, das ist 1 Meter groß, setzt das da rein. Ihr fangt aber 5 Minuten später eins, was 2 Meter groß ist. Dann könnt ihr dieses 2 Meter Ding reinsetzen. Ihr habt also bis zum Ablauf des Showcases die Möglichkeit, immer euer Bestes, Heftigstes, Größtes, was ihr ja gerade irgendwo habt, da reinzupacken, damit eure Platzierung in der Rangliste von den Größten, die da drin sind, eben sich verbessert. Außerdem könnt ihr die Pokémon auswechseln, die ihr für den Showcase angemeldet habt. Für einen Showcase angemeldete Pokémon können aus der Ferne ausgetauscht werden. Das ist auch wichtig, dass ihr nicht direkt immer wieder zu dem Stop müsst. Sobald die drin sind, seht ihr das dann auch im Heute-Tab, glaube ich, sodass ihr dann auch seht, welche Platzierung ihr habt und dass ihr die von dort austauschen könnt, wenn ihr ein besseres habt. Platzierung eures Pokémon. Ihr könnt die Platzierung eures Pokémon in der Rangliste auf der Seite des Pokestope Showcase einzählen. Holt euch eure Belohnungen ab. Das ist dann, glaube ich, auch der letzte Punkt. Nach Ende eines Showcase erhalten alle Teilnehmer Belohnungen. Also selbst wenn ihr nicht gut seid, aber mitgemacht habt, kriegt ihr auch einen Drohspreis. Belohnungen wie Sternenstaub, EP und mehr. Die drei Erstplatzierten bekommen Belohnungen wie eine Brutmaschine, ein Sternenstück und vieles mehr. Der Trainer, der den ersten Platz belegt, erhält eine Medaille. Hier, ihr seht also dann, wenn das fertig ist, bzw. steht das hier auch immer noch drin, Moment, ihr könnt eure Belohnungen nach Abschluss des Showcase über die Heute-Ansicht oder direkt im Pokestop beanspruchen. Das Symbol über den Pokestop, in dem der Showcase stattgefunden hat, wird orange, wenn dort Belohnungen auf euch warten. Dann wisst ihr, das ist vorbei, das ist orange, ihr könnt was abholen. Jetzt seht ihr nochmal, wer, wo, wie, was. Und dann gibt es hier 7500 Staub. Hier eine Medaille, die man dann auch wieder aufwerten kann. Hier steht ja auch Win5 Pokestop Contents. Also, das finde ich jetzt schon wieder cool. Gerade wenn nicht viel los ist, setzt du dich da rein vielleicht, sitzt dann da, wie in der Arena sitzt du da. Nach Ablauf, wenn du alleine sitzt, kriegst du dann noch heftige Items raus. In der Arena kriegst du Münzen. Hier kriegst du Brutmaschinen dann raus. Kannst du die Medaille vergolden, kannst du die Medaille verplatinieren. Finde ich gut, finde ich interessant, bin ich mal gespannt. Heute ab 10 Uhr startet ja das Event zum 7. Jubiläum. Und schauen wir mal, was das ist. Ihr schreibt rein, was ist eure Meinung dazu. Habt ihr Bock da drauf? Findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? Habt ihr die Möglichkeit, habt ihr überhaupt Stops? Na gut, dann ist er wieder. Es muss auch ein Stop, der ausgewählt ist, überhaupt bei euch sein. Vielleicht habt ihr auch Pech, wenn ihr nur 5 Stops habt, dass Neyendik sagt, die sind alle nicht cool. Bei euch findet gar kein Showcase statt. Sondern nur in Zaragoza am Hotspot, wo dann immer keiner reinkommt, weil schon 200 drin sind. Ja, da muss ich mal gucken, wie das abläuft. Ich freue mich schon drauf. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.